Also meine spaßigen Filmfreunde, die jetzt ihre Sachen dann zwischendurch abholen, weil wir machen ja Filme, das sind Filme, die ich aber euch nicht zeigen darf und deswegen mache ich so eine Art Abfallproduktion über Star Wars. So, ich aktiviere das gute Stück, das ist ja auch, ach man ey. Ich will nicht. So, also die neue Datenschutzverordnung nervt, habt ihr dann auch schon gekriegt? Das muss sich alles hier bestätigen, wollt ihr dieses, wollt ihr jenes, das ist das Nervige an dem Datenschutz ab heute. So, boah, boah, ne habt ihr das auch? Ne, also Windows 10 heute hier, merkt ihr, ich wollte an sich mal über Star Wars mal, ich habe jetzt hier einfach alles abgelehnt. Ich weiß noch nicht, was ich gemacht habe, habt ihr jetzt selber gesehen. Ich wurde jetzt tonnenweise gefragt hier, ob man, das Datenschutzgesetz kotzt mich an. Du musst hier jetzt 16 mal klicken hier und warten, aber egal. Wenn ihr auch so ein Problem habt, demnächst werden wir bei Star Wars auch gefragt, bevor das ins Kino ist. Dürfen wir Ihnen Star Wars Filme zeigen? Dürfen wir in Ihrem Star Wars Film auch Laserschwerter zeigen? Wenn ja, dann bitte ja. Wenn nein, dann nehmen wir sie raus. Ja, ist klar, ne? Also demnächst werden Spielfilme dann erst gefragt. Dann musst du hier, dann kriegst du noch einen Stecker da, dann drückst du drauf. Ich will Cis sehen, ich will keinen Cis sehen. Ich will Darts sehen, ich will keinen Darts sehen. Ich will Baba Fett sehen, ich will keinen Baba Fett sehen. Aua! Ich weiß nicht, die Politiker in der EU haben den Schlag weg, aber ist egal. Also ich musste jetzt hier zig Sachen aktivieren, weil, wie gesagt, ich kann hier keine Standortabfrage machen. Man soll die auch nicht machen. Und das war nicht Google, das war dieses komische E von Windows. So, der Aufbau hier dauert jetzt auch etwas länger wie früher, aber ist alles noch so, wie es sein soll. Star Wars ist noch zu sehen, immer so ein Fahnenwerk von Dairichs. Ja, YouTube und diverse andere Sachen. So, ihr Facebook-Kinder. Facebook, Star Wars, Community, Wohnzimmer. In der Show, Clips und der richtigen Sendung. Die richtige Sendung muss leider... Das tut mir nicht schlecht. Das fülle ich aus bei so vielen Medikamenten, damit ich jetzt hier wenigstens ordentlich schreien kann, ich weiß. Ah, Mann, alles egal. Die Männergrippe. Aua, aua, aua. Mama, ruhme ich Mama an, ne? Ne, ne, ist nicht. Ist nicht. Als waschechter ABA-Solo-Kampftruppe, ja, Clown-Trooper, egal. Einer der Urtypen aus Star Wars, der jetzt hier vor laufender Kamera spricht zu euch, um zu fragen, Leute, soll man nicht mal analog uns treffen? Und über Star Wars, mit Star Wars, etc. Also, ich bin jetzt seit 41 Jahren, also heute, 25. Mai 1977, seit heute halt 41 Jahre im Star Wars-Modus und wie gesagt, sitze jetzt gerade im Krieg der Sterne und hab gar nicht bemerkt, dass es Teil 4 war oder so. Bei uns war das immer, ja, 1, 2, 3. War aber nicht 1, 2, 3. Bis man uns dann aufgeklärt hat, nee, 4, 5 und 6. Also, wir haben uns viel unterhalten, wir haben uns viel ausgetauscht und wir haben viele Bücher gelesen. Und dadurch kam man dahinter, mhm, 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 ja. Ich hatte das große Glück, ich durfte dafür arbeiten, 30 Jahre, ich wusste also, was los ist und hatte da, wie gesagt, keine Probleme. Jetzt muss ich nachlesen, weil seit 11 Jahren jetzt und jetzt erst seit 2015 wieder angefixt durch E7. Aber richtig hat es gerummt, 2016 mit Rogue One. Rogue One hat mich zurückgesetzt in den heutigen Modus, 1977, wenn ich Rogue One gesehen habe. Und da es weder in die Ferne schaut und befiehlt, hinterher zu fliegen, und dann in Teil 4, die dann alle so richtig schön frisch macht. Ja, also, das ist ein langer Film, ja. Also, Rogue One und vier in einem Block. So, und dann kann man sich die 5 und 6 anschauen, ob man Lust und Laune hat. Bei 1, 2 und 3, da bin ich jetzt nicht so der Freund von. Äh, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt halt nicht so anfangen, ja. Und mit seinem Enderkehren an sich ist mir wurscht. Nein, egal, ist halt, ist gut ist. Und jetzt 7, 8 und 9. Ja, und dann im nächsten Trilogien die Johnson dann da wieder verbockt. Morgen! Guten Morgen! Da sitze ich immer noch, 1977, am 25.05. im Kino, Krieg der Sterne. Jetzt sitze ich, 41 Jahre danach, 25.05.2018, mit der neuen Datenschutzverordnung. Ja, Wahnsinn, alles, ja, okay. Ah, herrlich. Sitze ich dann halt wieder im Kino, gucke Han Solo, die Story. Und jetzt lese ich hier so im Internet, Baba-Fat hätten wir gern, so eine kleine Randerscheinung, soll dann den ganzen Film bekommen. Oder man will Obi-Wan Kenobi. Das Problem an Obi-Wan Kenobi ist, habe ich auch gerade nachgelesen, sollte dann zwischen 3 und 4 sein. Nur 3 und 4 müsste Obi-Wan Kenobi alt sein. Ist klar, weil er als alter Mann in 4 auftauchte, um Luke Skywalker zu retten. Und so weiter und so fort. Ja, also kann man nicht McGregor nehmen, oder man müsste McGregor ziemlich alt machen, damit er da in den Modus 4 passen würde. Aber merkt ihr nicht eigentlich, dass jetzt immer zwischen 3 und 4 eine ganze Palette kommt? Also 1, 2, 3 und dann Rook, Han Solo, Obi-Wan und was weiß ich, Baba-Fat. Ja, also ich gucke ja Rook-Wan und 4. Das ist für mich Star Wars, also Rook-Wan und 4. Episode, kriegt der Sterne. Hope, Obi-Wan Kenobi, Hope. Ja, und dann 5, 6 und wenn ich Lust habe, 1, 2, 3. Karawane, der, oh, gucke ich nicht. Die 2, da gab es ja auch 2. Das schaffe ich nicht. Hat da nichts mit dem Alter zu tun. Ich war auch damals noch nicht so alt. Trotzdem war drin und war enttäuscht, konnte ich nicht. Also ob ich das gesehen habe, nee, danke. Keine Ahnung, das war irgendwie so ein Puppenfilm. Ich meine, da waren so die kleinen Ausreißen. Da gab es ja auch diese TV-Gesellschaft da, mit dem TV-Film. Und dann gab es die Muppet-Show, wo die dann alle aufgetreten sind und so. War an sich ziemlich viel klamauert. Aber war unterhaltsam. So, wie gesagt, ich sitze jetzt immer noch hier 25. Mai 1977, Krieg der Sterne, und schaue ich mir das an. Und ich muss ehrlich gestehen, nicht der Film hat mich umgehauen, sondern THX und dieses Century Fox. Diese Einleitung. Dann ging das wieder zu. Dann kam die junge Frau da, also über jung war es nicht, aber egal, mit diesem Bauchladen Eis für 1 Euro, äh, eine Mark. Entschuldigung, 1 Mark. Eiskonfekt für eine Mark. Und nachher später, wie alles so zu erinnern, kam es 2 Mark, das Eiskonfekt. Na, Langnese, und dann kam auch die Langnese-Werbung, die ziemlich pfiffig war. Und dann kam erst mal Star Wars. Ja. Und, ähm, wenn man sich das alles jetzt so anschaut, im Replay, 41 Jahre, und jetzt Han Solo. Der Film ist okay, ich habe noch nichts gelesen. Ich habe auch schon versucht, den zu bestellen. Geht auch noch nicht. Also, E7 war ich gerade draußen, konnte ich den bestellen. Also, vorbestellen. Bei E8 war ich gerade draußen, konnte ich den vorbestellen. Nur Han Solo nicht. Warum? Keine Ahnung. Ich versuche, die ganze Zeit vorzubestellen. Aber vor laufender Kamera, Han Solo. Die Story. Jetzt schreibe ich einfach mal DVD. Und, 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 und? Ne. Papier könnte er aber auch keine DVD. Oder Blu-Ray. Kann man nicht vorbestellen. Schon merkwürdig, dass die da sich Zeit lassen mit, weil, äh, im September, Oktober hängen gerne. Ne, Ess kann ich haben. Ne Tasche kann ich haben. Ja, Taschen kann ich haben, aber, äh, nicht die Blu-Ray. Ja, ich pumpe mich hier nur ein bisschen mit Medikamente voll. Deswegen geht das einigermaßen. Ne? Chinaöl und komisches Kräutergewächs, was man da tropfenweise übernehmen muss. Also ich werde mich morgen immer morgen ausruhen. Also, ich bin immer noch pitch nass. Und die, jetzt fängt es schon wieder an, muss gleich unterbrechen, weil, ich muss ein Taschentuch haben. Und, äh, ja, geht nicht anders. Freunde, Star Wars, ne, da muss man durch. Also, eine Sendung machen unter Erkältungssymptomen. Macht keinen Spaß. Dürfte mir glauben. Augenbrennen, ja, die Nase süppt. Puh, kriegst kaum Luft. Der Wetter ist auch so drückend. Ach, da ist der Lustfaktor gleich null. Aber, egal, lass mal durch. Bis später. Oh, Mann. Ah, langsam geht mir die Krippe auf den Keks. Boah, nicht nur, dass die Luft, äh, zum Schneiden ist. Man hat zwar Gewitter angesagt, aber ich bin immer noch am 25. 5. 9. und die im Kino, da drüben läuft, äh, 4. Genau. Also, zum ersten Mal. Äh, wenn ich ihn haben sollte, dann hier zeige ich euch, dass ich jetzt 4 sehe. Ich habe den kompletten Film, den Stream ich gerade da, für meine Kunden, ohne Ton. die dürfen ihn nur sehen. Ich habe einen Jungen da, da muss ich alles wieder umstellen, weil er wollte Grievous sehen, Nilius sehen, Raven, er wollte mal wissen, was das überhaupt ist, weil er gar keinen Plan davon hat. Da wollte er die ganzen Cessler sehen, den Plegius und so weiter und so fort und hat dann auch das erzählt, was Anakin da, ist ja gar nicht der wahre Böse. Nee, er war halt nur ein Experiment, was zum Schluss bis Glück ist, weil der Imperator dann leider nicht war. Und wenn man den im Spiel dann hat, mit dem Imperator, äh, dann den Starlord, äh, den kleinen Jungen, wo Darth wieder den kleinen Jungen ausbildet, ähm, Starkiller, ja, ne, dann wollte man ihn ja auch und so weiter. Also, das ist schon eine tolle Sache, wollte man da alles raus machen können. So, unter uns. Wir sitzen jetzt, wie gesagt, heute am 25.05. 277 im Kilo und wissen wir dann noch gar nicht, was alles auf uns zukommt. Jetzt kommt der Zeitsprung. Ja, 25.05.2.18. Ich sitz vor der Kamera und erzähl darüber. Episode 4. Und, jetzt haben wir eine Menge. Ja, ne, haben wir jetzt. Alle sind nicht mit allem zufrieden. Einige sind am nörgeln. Eigentlich sind am haten. Einige rufen zum großen Bullkott auf. Und andere bleiben. 4.05.6. Sie bleiben in 4.05.6. Das war's. Bekommen den ganzen Zauber von 1, 2, 3 nicht mit. Bekommen das Neue nicht mit, wie Rook, Wand und Hand, wo immer noch nicht zu kaufen. Ich drück's schon immer drauf, immer noch nicht vorbestellen, dass ich sie in Blu-Ray 3D bekomme. Diesmal dauert's halt. Wohl etwas länger. Ja. Ja. Okay. Hallo. Hi. Vor 41 Jahren hatte ich keine Grippe, ist klar. Aber heute hab ich's. Jetzt trotzdem mal ich's in einem Videoclip. Und wenn ich mir da alles so angucke da, wir sind gerade da bei den Bantas, wo er, wo wie man sagt, dass die Stormtroopener präzise Schützen sind und präzise Geschossen hätten. Ich hab ein Streaming, ich hab ein Riesenfernseher, da lass ich's gerade laufen. Ich hab schon Interesse, eine riesengroße Dekoration zu machen im Jahr 2019. Müssen wir schauen. Ich muss auch mal Cinemax ansprechen, ob die die Pappe freigeben von Han Solo, was sie natürlich nicht machen werden, aber Fragen kann man nicht machen. Ich hab ein riesengroßes Schaufenster, da würde schon reinpassen, wenn ich das dann da hinstellen würde. Will ich auch nicht machen. Momentan reden wir alle über das neue Datenschutzverordnung unter den großen Schwachsinn. Ich musste auch heute schon etliche Kopien machen für diese Verordnung, weil die Kunden das halt brauchen, den sogenannten Datenerhebungsbogen. Für einige Ärzte, sogar Ärzte, müssen fragen, ob sie die Daten verarbeiten dürfen. Also auf eine Art muss jetzt jeder schreiben, der Daten verarbeitet, wir verarbeiten keine Daten, wir heben keine Daten. Deswegen brauchen wir halt nicht. Wir machen halt nur das, was der Kunde möchte und das kriegt er dann auch. So, nebenbei, wir sind ja hier schließlich noch im Shop. So, meine lieben Freunde, Star Wars Community Wohnzimmer. Euer Admin hat leider die Grippe und ich habe jetzt keine Lust, dauernd auszumachen. Doch, jetzt wollen wir nicht. Ah, moin moin. Ich finde es immer gut, so die alten Filmfreude kommen. Wie gesagt, es läuft ja gerade hier ein, 40 Jahre Star Wars, kriegt die Sterne auf dem Riesenmonitor und dann haben wir geguckt. Ich sagte, da hast du den Film noch, so ein Western, der King von Amazonas. Und ich habe dann geguckt, Mensch, das ist ein Film mit Vincent Price aus den Jahren 1950. Irgendwann Baron mit von Arizona. Kann man bei Amazon leider nicht kaufen. Da war es leider noch nicht. Amazon Prime hat es auch nicht. Also, das ist ein uralter Western mit Vincent Price. Da erinnert sie sich auch. Wir philosophierten über die ganzen Kinos um uns herum, die es mal wirklich gegeben hat. Jetzt natürlich nicht mehr. Überall sind Konsum drin. Da ist schon wieder so ein Pleitekonsum, wo der drin war. Hin und wieder fragte meine Kollegen, ey, soll man nicht da reingehen? Ich mache wieder so ein Kino auf mit diesen ganzen Medien und Kopien und ihr macht eure Pizza und so. Aber naja, klappt halt nicht. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht so viel Geld über ein Privatkino zu machen. Zum Beispiel für Fans. Ein Fan-Film-Kino. Das wäre schön. Ein Fan-Film-Kino. Nur für Fans, die da reinkommen, auch kustomiert und so. Die dann auch mieten können. Auch ihre Partys da feiern könnten. Aber, wie gesagt, solche Projekte in der heutigen Zeit, klappt nicht. Weil ja, viele mitverdienen. Und vor allem, deswegen habe ich auch gerade wieder angemacht. Er fand das gerade sehr schön mit dem sogenannten neuen Datengrundgesetz oder Datenerhebungsgesetz. Ey Freunde, ihr seid Star-Wars-Fans. Warum, wieso, weshalb? Müsst ihr jetzt ausfüllen, Datenschutzgesetz. Du bist nämlich Fan. Weil du Fan bist, musst du jetzt erklären, warum du Fan bist. Wieso, weshalb, warum? Ich meine, das haben sie gerade hier hier beim Prostilion, deswegen bin ich etwas euphorisch. Wann bist du? Blond, alt und dann hast du ein orangefarbenes Gesicht. Ja? Dann bist du Trump. Dann bist du der Präsident Trump. alt, blond und rosa farbenes Gesicht. Ja, jetzt muss man überall Fragen stellen. Jetzt werden überall Fragen gestellt. Ja, bist du ein Fan von Star Wars? Wieso, weshalb, warum? Warum willst du den Film sehen? Dann musst du begründen. Dürfen deine Daten erheben, wenn du in den Film gehst? Wie alt du bist? Warum du in den Film gehst? Und welcher Schauspieler dir gefällt? Ich meine, das wäre ja kurios, aber eines Tages wird das so sein. So, wenn jetzt hier ganz viele Menschen sitzen, ja, wenn jetzt hier ganz viele Menschen sitzen, muss man dir immer alle fragen, dann vielleicht noch vor laufender Kamera, damit man nachweisen kann, dass jeder einverstanden ist, vor laufender Kamera zu sitzen und zu sprechen. So, ich habe mich selber gerade genehmigt, dies getan zu haben. das ist immer noch gruselig. Ich fühle mich immer noch schrecklich und bin stolz darauf, 41 Jahre Star Wars involviert, 30 Jahre und wie gesagt, jetzt 11 Jahre normal. Ganz normal. Jetzt gehen sie da durch. Alle nach, werden sie verpfiffen. Wookie, Chewie geht gerade auch den Falken zu und ey, jetzt hat der Schraubmühle. Ja, jetzt war es mal weg. Also, ist schon, es ist, es bleibt, daraus macht so viel Spaß, verbindet. Natürlich hätte man jetzt viel Spaß gehabt, wenn man das jetzt hier unter vier Augen hier beim Stammtüttel. Ich hatte ja schon einige hier, das wisst ihr ja. Wer war denn hier? Also hier war, das wisst ihr ja, Yalushi, Marco und Klaus, alte Teig, Leier. Mit den anderen habe ich halt nur so gesprochen, aber privat waren sie hier. Die anderen kann ich nicht nennen, das war DC und Marvel, die haben da mit Star Wars nichts zu tun. Sie sind zwar jetzt von DC, Marvel auf Star Wars übergegangen, aber trotzdem kann ich es nicht nennen. Ich kann sie hier rumtanzen lassen, weil die Genehmigung habe ich nun mal. Da haben wir im Greenroom gearbeitet, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, das Datenschutzerhebungsgesetz, demnächst werden wir gefragt, wenn wir ins Kino gehen, wieso setzen wir uns, warum gehen wir in das Kino, warum wollen wir diesen Film sehen, warum wollen wir unbedingt das haben. Ja, wenn es so weitergeht, dann muss ich einfach wirklich sagen, die Welt ist nicht nur irre, sie ist irre. Die hat sich so eben bestätigt, dass sie nur irre sind. Ja, so. Ich kumpele mich aus. Genau. Ich kumpele mich aus und freue mich 41 Jahre Star Wars. Sitze jetzt da, schaue mir, wie geht es auf den Film an. Macht Spaß. Genau, dass ich ihn wirklich geguckt habe, meine lieben Freunde, Star Wars Facebook, Star Wars Community, und ich knall ihn jetzt auf die Seite, dann könnt ihr nämlich gucken. Genau. Gucken wir alle gleichzeitig jetzt hier. Genau, mache ich. Den Fall, geht da hin, seht, habe ich gemacht am, genau, 25. 2000, Gott, 1977. Mache ich. Mache ich jetzt, und ihr könnt sehen, dass ich ihn auch gesehen habe. Ich habe natürlich gestreamt, wenn ihr auch streamen könnt, dann drückt er drauf und streamt er euch auch. Dann gucken wir alle, dann gucken wir wirklich alle heute, ja, alle heute, Star Wars, Krieg, der Sterne. Mann, wäre das geil. Das will auch alle verbinden, oder? Na ja, wollt ihr darüber diskutieren, unten schreiben, wie gesagt, das Video ist ja jetzt da, etwas verspätet jetzt gekommen, aber na ja, egal. Ich weiß nicht, wann du den Videoclip jetzt siehst, aber kannst du ihn trotzdem, wenn du Lust hast, bei uns, Star Wars Community Wohnzimmer, eben anklicken. Alles klar. Da wollte einer in Mörs, und zwar 47441 Mörs, eine sogenannte Star Wars Party machen. Hat auch alles so riesengroß bei Felixburg reingehauen, ich nenne jetzt nicht den Namen. So, und die bekanntesten wären sicherlich gekommen. Da wäre auch der Thomas bei gewesen, der Overlord, mit seiner Gruppe, ja, ist auch eine Gruppe, 1 Euro kostet sie im Monat, ist also immer Zubrot gewinnt, so nennt man das. So, jemand hat ihn dann, glaube ich, verpfiffen, deswegen geht die Party nicht. 500 Leute sollten kommen. An sich machen wir ja jeden Tag so was, auch Partys, ist ganz einfach, man meldet die ein, in eine öffentliche Veranstaltung, meldet man an, bei der Polizei, weil dann ein riesen Aufgebot von Menschen entstehen kann, nämlich 500 wollte er haben, auch in Mörs geht sowas. Das ist eine kleine Stadt, vorne reinfahren, hinten raus, bist du schon in Kempten, aber auch egal, jedenfalls auch in Mörs geht sowas, so ne Party zu machen, man muss nur ne Party anmelden, mit dem Motto, man muss als Motto, Star Wars Universe, also so Star Wars mäßig, da kann weder Disney oder sonst einer was dagegen haben, da braucht man keine Lizenzrechte, weil dort kein echter Star Wars entsteht, sondern Fan. Es sind Fans, die irgendwelche Klamotten anhaben, die grenzwertig oder super sind, super weniger, mehr grenzwertig, und dann ne Party machen, halt in so einem Outfit. Auch die Kulisse, alles darf man machen, ist überhaupt kein Thema. Auch nach dem neuen Datenschutzgesetz, das was wir jetzt haben, müsste er natürlich sehr viele Fragen über sich ergehen lassen, wieso, weshalb, warum, weswegen und welches Ziel das Ganze hätte, bevor er die Party ab heute hätte machen dürfen. So sieht's aus. Ganz lustig. Auch wenn einer auf der Straße euch fragt, sag mal, ich will jetzt zum, keine Ahnung, zum Theater sowieso, dürfte man rein rechtlich betrachten, nach dieser Ordnung, ist jetzt kein Scherz, keine Auskunft erteilen. Denn er müsste sagen, warum er dahin will, also er müsste sagen, warum er zum Theater will, warum er zu dieser Straße will, und auch sagen, wer er ist. Ja, an sich, so bescheuert ist das neue Datenerhebungsgesetz, sag ich jetzt mal, wenn man es mal genau nimmt. Jeder, der Auskunft erteilt, müsste sagen, wieso, weshalb, und warum. So, dieses Video hier ist natürlich gemacht zur Freude, zur Unterhaltung, und soll alle die ansprechen, die dieses Thema mögen, Star Wars, Universe, Lukas, LTD, und Kennedy, und Mark Hamill, und Harrison Ford, und Ehrenreich. wie gesagt, ja, und, ja, wo ist das nochmal? Man muss das nur richtig machen. Mach eine Party, lade alle ein, aber das Motto ist, Star Wars. Star Wars Kostüme, am besten richtig originell, und so weiter und so fort, und dann war es das. So, und, äh, Problem an der Geschichte ist, solche Leute, die da Partys organisieren, wollen ja auch Geld verdienen, ne, umsonst macht ja keiner, also wenn ich jetzt hier 500 Gäste mir einlade, freu ja so richtig auch paar tausend Euro, um das klar schön zu machen, weil da zahle ich ja dann alles, ne, so, aber wenn einer da sagt, ey, ich will eine Party machen, da kann es schon mal sein, das Geld mitgebracht werden muss, so sieht es aus, oder halt meistens da finanziell dran verdient werden wird, so, irgendwas mit Star Wars machen geht nicht, das ist richtig, Disney sagt immer nein, egal zu was, auch die, äh, sogenannte Disney Sendung, helfen die nicht, deswegen ist das ja auch eine Fansendung, keine Disney Sendung, sondern, äh, hat auch damit gar nichts zu tun, wir sind unter uns, ich bin unter mir selbst, sitze vor der laufenden Kamera, in meinem Unternehmen, ja, habe meine Kunden, mit denen ich darüber philosophiere, und so weiter, und so fort, habe aber keinen Nutzen dadurch, aber habe Spaß, ja, mein Service, der bleibt, so oder so, und es macht einfach nur Spaß, äh, mich mit Kunden darüber zu sprechen, über die Filme, und so weiter, und wenn wir die Sendung machen, mit Yajushi, und Marco, Italien, in Japan, und meiner einer in Deutschland, ähm, so eine Art international, ist es eine Fan-Geschichte, das ist unser eigenes, wie wir es empfinden, ja, und wenn andere dauernd dazwischen blöken, dann empfinden die da, ihre eigene Sachen, dann sollen sie ihre eigene Sendung machen, das Schöne daran ist, ihr sollt ja mit diskutieren, ihr sollt ja mit diskutieren, und ihr sollt ja auch, äh, was da drunter schreiben, meine liebe Freunde, ihr müsst auch liken, ja, YouTube will auch Likes sehen, wenn YouTube's, äh, äh, ich hab zwar super tolle Echos, aber keine Likes, dann sagt YouTube auch, was soll das, ne, und, äh, das ist das, ne, und, äh, wie gesagt, darum geht es ja auch, also, man kann nicht hergehen, äh, was toll finden, und dann kein Like da lassen, also, ihr müsst schon Likes da lassen, liken, liken, alle Videos, die ihr findet, liken, liken, geht nicht anders, äh, weil YouTube braucht das leider, also ich müsste YouTube auch fragen, hör mal, wieso, weshalb, warum like ich das, warum empfinde ich das so, also, das Gesetz ab heute ist Banane, aber wenn wir gesagt haben, da sind so kuriose Sachen da, immer eine Party, machen eine auf dicke Hose, und dann aber, ne, die Party fällt aus, äh, weil mich einer verpfiffen hat bei Disney, ich wollte eine Disney Party machen, das geht aber nicht, ne, ne, Leute, sie dürften alles, alle Partys dürften machen, sie dürften Partys machen, äh, im Motto, Präsidenten, alle Präsidenten dieser Welt erscheinen, da auf, Quaifing, Fangfung, oder Trump, oder keine Ahnung, oder Obama, und Nixon, oder keine Ahnung, wer da auftaucht, ähm, ihr müsst es nur als Motto, Motto Star Wars, weißt du es nicht, ist nur ein Motto, ähm, und echte kommen die ja da nicht, ne, und, ihr verdient ja auch nicht so gut, aber wenn ihr eine Party macht, um Geld zu verdienen, mh, oder eine Organisation, gründet, um Geld zu verdienen, äh, das gibt Ärger, würde ich sein lassen, auch keinen Euro, mh, 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 mh,